Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved, ich bin wieder am Livestream, das sollte man vielleicht merken, sobald ein Alert reingeht. Ich habe nur kurz die Aufnahme gestartet, weil, ähm, ich habe kurz die Aufnahme gestartet, ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser, wenn ihr reinquatscht, weil wir haben gerade einen Champion-Quads gefunden. Ist jetzt ruhig, gut. Ja, einen Champion-Quads gefunden hat, den bedeutet, der war wahnsinnig schnell und wir haben die ganze Zeit schon gesucht für den Bau gleich. Und jetzt haben wir ein, und wir haben ein Narcotic-Problem und wir müssen das Vieh irgendwie am Schlafen halten. Ich gehe mal kurz, äh, Prime Meat besorgen, ne? Ja. Ich komme mit ein bisschen Narcotic, ne? Okay, wir sind, ähm, irgendwo im Sumpf. Nein, Max? Ähm, Richtung Berge, nicht Richtung Schnee. Max, lass mal leveln. Boah, bitte kipp schnell um, ey, ganz ehrlich. So, fuck, pass auf, der ist wieder wach, der ist wieder wach. Ernsthaft? Ja, der ist wieder aufgestanden. Ich habe doch gesagt, das geht voll schnell. Ja, der hat genug Torpor gehabt, der war voll. Ernsthaft? Ja, der war voll, der ist einfach wieder aufgestanden. War der verbuggt? Kann das sein? Weiß ich nicht, aber er ist wieder, wo ist der? Der ist nicht richtig schon geflogen. Hä? Der war voll Torpor. Oh. Was ist das für eine Musik? Der war da unten, oder was? Da unten ist der. Warum ist das so laut? Da fliegt der. Ah, ich sehe. Also die Musik ist weg, da weg. Okay. What the fuck war das? Wir sehen. Weißt du, dass das jetzt das Problem ist? Ja. Weißt du, dass das jetzt das Problem ist? Die hat wieder voll Essen. Ah, Max, man? Ja. Wo bleibst du? Ich besorge gerade in der Kuttel. Und bitte auch, ähm, Selektiv-Dinger. Doch, hat er. Ja, nein, das war doch bei dem einen Dino, dem wir geteilt haben, nicht so. Bringt trotzdem mal so zwei, drei Stück mit zur Sicherheit. Oder fünf, keine Ahnung, ist nicht genug da. Wir hatten extrem viel Narkotik. Warum habe ich nicht mehr mitgenommen, weil ich volle Gehörte? Ist der irgendwo ein Dodo Rex? Nee, das ist die Zomi-Dodo-Musik, das spielt ihr auch an. Wo ist denn das ganze Narkotik? Ich habe bis jetzt so ein bisschen was gefunden. Ähm. Entweder Taming, ne? So, oder eine Taming-Dings. Guck mal im Tresor nach unter Taming. Da sind nur Falte drinnen. Ernsthaft? Dann guck mal in den anderen Tresoren. Dann müssen wir wohl welche machen. Ich habe nur noch... Guck mal, ob irgendwo Gammelfleisch ist und... Ach, scheiße, wir haben keine Narkotik. Ach, das ist das extrem ungeplant gewesen. Scheiße, zu wenig. Ihr habt auch nicht viele Narkotiks gesammelt in der Vergangenheit, oder? Wir haben aber eigentlich noch ziemlich viel Narkotik. Ich habe über 500 Narkotik gesehen. Aber wir haben noch was. Den Tresoren irgendwo da. 53 haben wir noch. Das müsste reichen. Ja, gut, dann hol... Ich mag den fest, der ist fast weiter weg. Ja, der gehorcht uns doch nicht so ganz. Wo soll ich jetzt hinkommen? Ich habe keine Ahnung, woher sie... Ähm, hast du... Hast du nur Fläger dabei? Ich hole... Ja. Hast du? No. Ja, wenn ihr bei der Base seid, dann... Gut, ich bin gestorben. Ich hole dich ab. Wieso bist du... Du bist gestorben? Ja, ich bin doch vorhin wegen dem Typ gestorben. Wegen unserem guten Freund. Ah, schon wieder? Nee, nee, äh, davor. Da hatte ich ihn dabei. Da oben fliegt er, glaube ich. Habt ihr dieses, ähm, Aushungerungsding dabei? Nein. Hast du noch eins? Nee, ist ein nicht. Nein. Also, nee, haben wir nicht. Ja, gut, ich warte nochmal kurz einen Cut, bis wir den dann, ähm, wieder an den Boden gekriegt haben. Bis jetzt gleich. Also, wir haben den Quetzel mittlerweile, die Vorbereitungen abgeschlossen, um ihn zu tamen. Jetzt braucht er schnell die Pilze und wir dürfen den Quetzel nicht verlieren. Das Blöde ist, nur irgendwer schießt ständig auf den Quetzel und das ist schwieriger dann zu finden. Beeil dich, hol dich schnell raus. Okay, ich fliege los. Warte mal. Und wir sind gerade in der Nähe, weil hinten irgendwo ist die Base von diesem Typen. Und wahrscheinlich schießt der die ganze Zeit von da hinten auf den drauf und dann haut der nämlich ab. Ich hab drei von den Dingern, das sollte reichen. Okay. Also, irgendwas schießt auf den und dann gibt der mal Gas, das ist schon ein bisschen länger heute der Fall. Hey, guck mal, die machen auch einen. Wo? Wer? Ach, da. Da oben. Also, das war ein normaler Quetz, oder? Nein. Nee. Boah, krass. Oh, der ist einfach durch den Ball. Ich bin hingeflogen. Ähm, ja. Kriegen wir den jetzt? Warte, ich muss. Ich werde mich wieder festbacken. Hier eben. Ja, toll. Nenn dir von Zomdodos, oder wie? Ja. Hast du den? Ja, Dolaraxe sind's ja nicht. Also sind's immer. Und? Oh, grad war er. Und? Ist er? Zielt das? Glaube, ja. Probier mal. Und? Ja. Oder? Glaube, ja. Und? Er schläft. Okay, ihn runter. Wir haben heute erfahren, dass wenn es so viel Schade bekommt, steht einfach auf und dort ab. Lug den Scheißdreck. Der Schwierige an dem zum Tame ist ganz einfach, der ist extrem schnell wieder wach. Also wirklich, extrem schnell wieder wach. Okay, hast du Fleisch und alles? Ja, du musst ja jetzt nur Fleisch raumpacken. Nee, mach du das Fleisch aus dem Drachen raus, ich gehe dann einen Prime Meat suchen. Ob das dann ganz ein bisschen schneller geht. Ja. Okay, ich gehe kurz Prime Meat gucken. Da ist auch direkt ein Stargate unten. Das ist ein Public Stargate direkt daneben, ne? Äh. Äh, ja, toll. Wenn ich das Prime Meat finden würde, wäre das echt klasse. Aber hier ist einfach kein... Ach, wir geben kein Prime Meat in diesem Spielmodus. My no. Äh, ich glaube, den Alpha Dodo kriege ich nicht tot, oder? Ja, das ist gut. Ja, ich finde gerade nichts, was Prime Meat gibt. Nee, hier ist es nicht mal ein Steg oder ne? Da war noch ein Prime Dodo, aber ich glaube, den kriege ich nicht tot, oder? Ja, nee. Jedenfalls nicht auf die Schnelle. Ich lege mal ein bisschen in den Wald, dass ich vielleicht, äh, Sachen sehe. Ja, das ist wirklich asozial, auch noch hier uns in Thames versorgen zu wollen. Ja, beim Thames ist das echt... Das ist... Und ihr wisst, wie ich dazu stehe, wenn ihr mir jemand hier die, äh, Aufnahme manipulieren möchte. Das habe ich auch gesagt, sogar deutlich. Und ich habe gesagt, ich bin auf Aufnahme. Wenn ich jetzt noch wiederfinden würde, wäre das echt cool. Irgendwo hinten beim Gage war das. Ich habe den gerade gesehen. Der ist ja gerade weggeflogen. Ich habe eben, habe ich einen Spieler auch rumfliegen gesehen, aber das war nicht der, äh, Bekannte von uns, der schlechte Scherz. Nee, nee. Ich habe jetzt aber, habe ich noch Fleisch im Inventar? Ja, massig. Hast du denn gesehen, wie der Quetzel getroffen worden ist? Ja, ja, ich habe es auch gehört. Dass auch deutlich Leben weghält werden. Ah, ja. Wenn es deutlich weggeht, dann wisst ihr ja, dass es wieder der schlechte Scherz war. Und über die Hälfte. Aber die fressen wirklich Narkotik wie solche. Ich habe eben auch gemerkt, irgendwer hat auf den, äh, geschossen. Und das war... Nee. Ja, nee, wir werden sehen, ich glaube, Invictus oder so, war oben mit dem, mit dem Tyrannodon. Aber der konnte von oben ja nicht drauf schießen. Und der war ja halt immer hier in der Nähe. Hat jemand drauf geschossen. Weil der war da oben da, auf diesem einzelnen Berg da. Jetzt in die Richtung hin. Hast du gesehen, wo der geflogen ist? Ja, der ist, nee, ja. Nee, der ist, ähm, ich sage es mal im Schatten des Berges weggeflogen. Ich konnte ihn nicht sehen. Okay. Aber ich habe gesehen, wie er abgehoben ist. Ach, war, wir sind da. Hey, hey, yo. Hallo. Yo. Ist das? Kann man ein Champion-Quest-System? Ja, ja. Ich habe einen getamed, okay. Gut, dauert eigentlich ein bisschen, oder? Naja, es geht, du brauchst vielen Narkotiks. Ist auch fast getamed. Ja, okay. Na, ist, nice. Ja, bloß ein Dauerswunsch. Dann. Habt ihr eben auf unser Tier geschossen? Nein, haben wir nicht. Äh, wieso? Wir haben ja in die ganzen Zeit einen Champion-Quest-System. Irgendwer war es halt. Irgendwer schießt auf das Tier die ganze Zeit. Okay. Wird wichtig. Wir haben ja in die ganzen Zeit in dem Champion-Quest-System. Wir wollen einen haben. Wir haben überhaupt keinen. Also, das ist ja ein Scheiß-Arten. Gut, wir haben den gleich. Ich guck mal, das ist ein Dauerswunsch. Ja, und dann gleich, Schwarz. Viel Erfolg. Jo. Meine Stimme ist ja wieder. Danke, euch auch. Ja, cool. Wir haben einen Champion-Quest. Das ist doch hervorragend. Und quasi perfekt für das unser Vorhaben. Wir wollen jetzt, äh, uns ein bisschen abcapsulen von den World-Tee-Leuten. Unsere eigene Base bauen. Applaus. Wir haben ihn geteimt. Und, äh, der kann nicht viel tragen. Wie viel Weight hat der? Schaust du nach? Warte. 5600. Ja, das geht ja. Und Movement-Speed ist so hoch, wie du dachtest, ne? Müsste ja. Ja, das ist aber... Haben wir noch, ähm, einen Plattform-Sattel, weil, guck mal, direkt hier um die Ecke ist ein Public Stargate. Der konnte ihn eigentlich direkt durchbefördern. Warte mal, der ist, der ist ziemlich schnell, guck mal. Ja, war ein schneller Quetzle, das ist ja ein Traum. Ja, der war eben schneller, wenn wir schlaufen. Ja, ähm, willst du kurz einen Sattel, oder soll ich einen Geben holen? Kannst du ihn auch so nach Hause bringen, eigentlich? Ja, aber da ist das Gate, dann sind wir direkt da, weißt du. Ja, ne. Keine Ahnung. Oder willst du ihn jetzt so nach Hause bringen? Kann ich holen einen Sattel. Ich mein, du hast das Gate. Achso, ne, ich flieg kurz. Das ist nicht weit weg. Ja, dann, dann bringen wir den auch direkt zur Place. Das ist, wenn du so hinfliegen, dann können wir ihn auch mitnehmen. Ich dachte, wir könnten uns einen Weg sparen, wenn wir das Gate aber direkt verwenden, weißt du. Ja, ja, aber das ist, äh, wenn du jetzt in die Richtung fliegst, gleich direkt hinter den Bergen, ungefähr. Ah, ja, okay, dann ist ja kein Weg. Aber irgendwer meinte, äh, ein südliches, ähm, Gate macht Probleme und tötet die, die Tiere. Ich weiß aber nicht, welches er meinte. Er meinte nur, das Gate im Süden tötet Tiere. Da soll man aufpassen. Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen was abändern. Ja, ich würde sagen, wir haben eine Champion Quest getamed. Das war das, äh, Hauptvorhaben, was wir eigentlich gestern vorhatten. Weil wir nämlich unsere Base bauen möchten. Und damit wird das sehr gut gehen, weil er viel tragen kann. Und... Nein, ich glaube, nee, den, äh, den, äh, den, äh, den, äh, wie heißt der? Badass, den kann der normale auch noch tragen. Aber der kann deutlich mehr tragen. Also, wir sehen uns dann wieder, wenn wir die Ressourcen oder die Strukturen gebaut haben, um den Burgrohling zu bauen. Und wenn wir einen Platz gefunden haben, wo wir das Ganze hinsetzen. Weil es wird doch nicht da am Strand sein, weil ich finde, es ist zu angreifbar für Bodentiere und vielleicht für Bosse. Also, irgendwo ein bisschen erhöht. Ich habe so einen coolen Platz schon ausgesucht, da hinten am fliegenden Insel. So einen Vorsprung, da, ich zeige das mal kurz hier. Nein. Da, an diesem Ding oder so. Da ist man nämlich nicht im Weg, weil er sperrt die Ressourcen nicht. Und ist immer noch ein ziemlich cooler Spot. Sieht auch cool aus und die Aussicht ist einfach fantastisch. Ja, aber ich finde, es ist noch ein bisschen weit weg, wenn man mal seine Tiere verliert. Und, ist ja ein cooler Platz für Cementing Paste, aber die Burgstrukturen brauchen jetzt... Ja gut, die, ähm... Na, wie heißen sie? Die Metalltour und so, die brauchen natürlich eine Menge Cementing Paste. Aber insgesamt ist das schon... Ich werde noch was Gutes auskundschaften, dann werde ich jetzt gleich mit Marksman und Smiley zusammen anfangen. Dann werde ich hier wieder aus dem Test rausgehen. Ist Marksman eigentlich hier? Der ist hier eben gegangen, ne? Guck mal kurz, wer drüben ist. Äh, ja, Smiley ist AFK. Oder, keine Ahnung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kurzen Cut. Ach ja, genau, die Leute haben ja... Das war ein bisschen ungünstig, letzte Aufnahme. Mit dem Alpha Rex und der Pimp Madino Mod. Es geht nicht. Der kann keine Rüstung tragen. Ich habe das nur im Stream gezeigt und vergessen die Aufnahme. Der kann keine Rüstung tragen, was ja schade ist. Aber ich denke mal, es ist... Es ist nur 50 Verteidigungen im Unterschied, also es ist verschmerzbar. Ist immer ein Alpha. So, wir haben mittlerweile uns einen Platz zum Bauen versucht. Der Champion Quetzel, den haben wir auch. Und, ja, wir versuchen uns hier unseren Rolling aufzustellen. So ein bisschen Zeug haben wir noch. Und, na... Ich habe ja gesagt, es wird ja eher so ein... So ein Bauründchen heute. Und ab hier brauche ich schon die... Piller Foundation, scheiße. Könnt ihr welche machen? Hm, ne, noch nicht. Mir fehlt noch ein bisschen Fiber. Noch ein bisschen Fiber. Ja, eine brauchen wir noch. Dann ist die Grundstruktur auch schon gelegt. Da ist nur bloß einer, der ist gerade so zu hoch. Wer war das jetzt schon wieder? Ich. Ah, Marksman. Ja. So mittlerweile sind gerade echt viele Leute. Und Lukas ist gerade auch ein bisschen so im Lukas-Modus. Hat einfach euren Spaß dran. Jammert nicht rum, wenn es euch nicht gefällt. Ich bin ja noch im Livestream und ich sollte vielleicht meine Alerts ausschalten. Und, ähm... Ja, die ersten holen jetzt schon rum. Lukas ist ja voll doof und so. Hey, Drago, sag mal hallo. Marvin, du auch? Hallo. Hallo? Nein. Okay, sagt nein. Warum nein? Ja. Ah. Auf mit eurem YouTube. Wir sind gerade am Baseball, ne? Ja, genau. Wir haben ja schon den Chefkatzel E-Cotainment. Und der hilft uns auch gerade ganz enorm. Ratschen, car wait. Ich habe gesagt, ich fände es blöd, wenn man da unten die See besetzt wegen den ganzen Dingern hier. Deswegen machen wir genau hier, wo das Braune aufhört. Setzen wir uns da ein paar Gates hin, dass hier keiner hochkommt. Dann sind die, ähm, Spawns da auch noch alle sicher, weil die Biber nicht weggehen können. Wir werden den Rolling hier heute auch so setzen, dass wir da drinnen nix reintun werden, was geklaut werden kann. Das ganze Teil bleibt offen, damit die Leute sehen, aha, da ist nix, gibt keinen Grund zu kaputt machen. Und genau das ist auch das heutige Ziel. Wir wollen den Rolling bauen. Wir wollen noch nicht zeigen, guck mal, was alles soll es haben. Bitte raid uns aber trotzdem nicht. Sondern es wird halt da ein, ähm, wir haben noch nichts und ihr könnt reingehen und euch selbst überzeugen. Also macht es nicht kaputt. Das ist sinnlos. Das ist sehr sinnlos. Ja. Aus dem, ähm, siehst du den, ist ja eine Lücke da? Siehst du die Lücke da? Kannst du da, ähm, oh. Ja, der ist schon wieder, ey. Ey, ich weiß nicht, wie sind die Server-Lex und Tabin da? Ja, ja, die sind eklig. Oh, ja. Und der... Kannst du nicht schon was einstellen oder so? Nee, dann nicht, dass es läuft, weil es so voll ist. Weil so viel schon da ist. Also der schlechte Witz, der gammelt hier auch schon rum. Und nervt. Du bist ein schlechter Witz. Nee, nicht du. Der Typ, der ohne Witz heißt. Den nenne ich bald schlechter Witz. Weil ich es kann. Da. Weil der nervt schon die ganze Zeit hier rum und keine Ahnung. Keiner hat mehr Bock auf den. Könnt ihr mal was craften? Ich brauche EG. Ja, warte. Ich hol grad Fiber. Ja, ja, ich bin grad auf dem Weg nach oben. Wer ist denn Beta? Das ist, äh, einer aus dem Waradgy Tribe. Drück L, wenn du wissen willst, wer dabei ist. Hast du schon, äh, die Pillar Foundation gemacht, oder? Ja. Ich hol grad Fiber. Also mir fehlte Fiber. Ja, ich hol grad Fiber und, äh, tu es da rein. Ja, es leckt einfach wie blöd, was total nervig ist. Nein, ich komm nicht. So, ähm, wo ist die Pillar Foundation? Ich möchte ganz unten sein. Ganz unten, okay. In der Workbench. Da. Angeblich kann man die ja unendlich groß machen. Ja. Theoretisch, praktisch irgendwie nicht, okay. WTF, ich kann nur 500 Holz aus dem Biber einladen, man. Ja, gar nichts. Also würde jetzt ja stehen, ähm, hier von wegen Snappoint, dann könnte ich da letztlich nur unendlich lange Pillar draus setzen, aber irgendwie geht das dann doch nicht. Ey, hat einer ein bisschen Klamotten oder so für mich? Ich glaub, da muss ja hier gebaut werden, ne? Klamotten. Äh, ne, gerade irgendwie nicht so. Wie viele live hat das denn eigentlich? 150.000. Titten, komm rein. Hat mich wer gerufen? Titten? Dreh dich mal zu mir. Dreh dich mal zu mir. Hinter dir. Screenshot gemacht. Okay, ab in's Hand mehr. Hey, 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 hey. Nimm mal deine scheiß Maske ab. Schau mal deine scheiß Maske ab. Meine Maske? Ja, ich will gucken, ob du wieder schwarz bist. Ne, ich bin, ähm, neu-arig. Ja, du bist wieder dieser hästige, schwarze Mann, Alter. Alter, komm mal her. Nicht lagen, ich sterbe. Stimmt. Du stirbst einfach, weil ich piekste. Wo ist mein Zeug eigentlich? Ah, äh, Wände. Wir hatten nur noch Wände. Wo sind denn die Wände? Wir können die ersten Wände setzen. Da sind Wände. Ist das? Das ist aber nur ein Doorway. Ähm, falsches Ding. Ossi, wer ist denn das jetzt schon wieder? Ist einer von dir, oder? Lukas. Ich? Nee. Wer ist das mit Ossi? Da ist ein Ossi gerade gejoint. Oder Assi. Ja. Ist von dir, ne? Ich hab Assi, Alter. Guck doch einfach in den, ich, ich schieb die mal raus. Der geht hier nicht hin. Äh, ich schätze mal League of Legends. Keine Ahnung. Ich schieb uns mal ganz kurz in den Aufnahmebereich. Irgendwie kann er es. Du meinst, du meinst den. Ja. Der ist von mir. Der ist von dir, ne? Ja, Mann. Ja, das ist, der ist von mir. Wenn ich jetzt Pech habe, kommt, der hat da jetzt gerade auch die Aufnahme gleich. Nee, der hat nichts gesagt. Ich hab uns gerade in die Aufnahme geswitcht. Und der kommt ja nicht rein. Der hat kein Passwort. Er ist raus. Er ist schon raus. Er kann nicht stören. Ja, er muss bloß die Tür aufmachen. Meine Tür aufmachen. Er ist schon auf meine Bude. Ja, dann mütet es dich einfach. Ganz einfach. Wenn er kommt, Teebeutel dich hin. Ja, dann Teebeutel ihn einfach. Knall ihm eine, Teebeutel ihn. Und Jude ist. Boah, da kriegt man eine haarige Eier in die Fresse, Mann. Ja, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Eigentlich hab ich mir das für Marvin aufgehoben, aber egal. Ja, da hab ich schon gedacht. Ja, wo machen wir unsere Tür hin? Hast du schon wieder Scheiße gebaut? Ich brauch ja, ne? Ich mach hier die Drawbridge hin. Baut mal eine Drawbridge, Gage. Und eine kleine Tür dafür. Warte, ich guck mal ganz kurz, was da ist. Nee. Oh, ich geh weiter Holz farmen, ne? Drawbridge. Brauchen wir eigentlich viel Holz? Ähm, wir brauchen 45 Metall. Holt mal ein bisschen Rohmetall, bitte. Ja. Ein bisschen Rohmetall und dann sind wir eigentlich schon... Was ist das Bett? Wie soll ich jetzt da reinkommen? Ich hoffe, ich hab das hier zugebaut. Scheiße. Warum steig ich persönlich kein Level ab, wenn ich Holz farme? Keine Ahnung. User disconnected from your channel. Oh, Max, man, ich schlag dich, wenn du jetzt noch einmal kommst, man. Wo sind seine Sachen? Ich will seine Sachen klauen. Hm, ich muss da irgendwie hoch. Sie hat grad irgendwie zugebaut. Loi, Mr. HD, Noah, die kenne ich doch vom Alp-Server. Ja, ja. Du kennst doch Noah? Ich kenne den schon nicht mehr. Ich kenne den, der hat am Anfang mitspielt. Am Anfang Noah, okay. Ja. So, wenn das Ding ist, dann halt so ein bisschen... Ah, ich glaube. Du bist schon vergesslich, kann das sein? Nee, gar nicht. Ich merke mir jeden Scheiß, aber nichts Wichtiges. Ja, warum weißt du noch dein Name? Meinen Namen? Den kann man nicht vergessen. Na klar. Ich glaube... Ich glaube, warte mal. Irgendwas mit D. Agobi oder Dagibi? Ich weiß es nicht mehr. Könnt beides richtig sein. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher. Und schwebt der? Ah, der schwebt. Scheiße, wir brauchen noch eine Trette. Du bist die Alte hier. Wie heißt die? Ich bin Bibis Beauty Player. Die ist so eine Scheiß-Sitronensäure da in die frassische Krise und so. Was? Was guckst du dir für eine Scheiße an? Ich weiß nicht, das ist so eine Scheiße. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Wir brauchen irgendwie Treppen oder so, weil da das Ding schwebt. Wir müssen irgendwie einen Weg reinfinden. Hey, ich bin Level ab, Mann. Nice. Gratuliere. Und noch ein Level. Und noch ein Level. Jetzt geht's ab. Nein, natürlich nicht. Oh, das ist so eine. Okay. Schade, schade. Ähm. Ja? Scheiße. Ich komm nicht dran. Guck mir mal Ausrüstung. Ich will auch was machen. Ja. Ich farm die ganze Zeit rüber. Flieg doch einfach kurz zu Warit hier rüber. Woher soll ich ja wissen, wo ihr hockt, Mann? Ach ja. Hab ich vergessen. Du spielst ja noch nicht so lang schon zu haben. Ich bin, ich bin heute den ersten Tag auf diesen Scheiß-Server gejoint, Mann. Und hab jetzt schon keinen Bock mehr. Wenn du nur behindert bist, Alter. Ich wusste es von Anfang an. Siehste? Ja, meint, hat dieselbe Meinung. Haut auch ab. Ja, genau. Alles wegen dir. Ey, Marx, Mann, wenn du jetzt noch einmal ein Disconnect hast, ne? Boah, dann loote ich deine Leiche, äh, loote ich deinen Körper, Teebeutel sie und zerstückele dich in kleinen, in kleinen Stücken. Ich zerstückele dich in kleine Stücke. Ja, ist mir scheißegal. Ich bin ein Ossi. Ich darf. Bist ein Ossi, ich dachte, du bist Pole. Ja, ich bin polnischer Ossi. Noch schlimmer. Das geht zusammen. Ey, Gott, wo bist du? Ich schlag dich jetzt, Alter. Du bist ein Ossi-Ossi-Oss-Europäer. Ey, jetzt ziehst du extra die scheiß Mauer hoch, oder was? Nur weil ich... Ja, komm, hier rauf, rauf, Junge. Ist nicht so leicht. Warte. Ähm, ja, ey. Auf meinem geliebten Quetzel, den ich ingetamed hab, ne? Was ist nicht so leicht, ne? Vodafone ist so scheiße. Was denn ist, Maug? Was willst du denn? Es left. Ach, und was? Das zeigt mir die ganze Zeit Meldung an, Mann. Ähm, weißt du was? Nein, Ernst. Jetzt gehst du runter? Nimm doch diesen Biber hier. Dann gehst du so viel Holz damit farben, wie nur möglich. Er ist voll. Ja, gut. Der Quetzel, der ich hochgeflogen hab, ist auch voll mit Holz. Ja, dann bringe ich bitte wieder runter. Da, der Dutikros muss schon Stein farben, oder? Ja. Kannst du stattdessen einfach diese, ähm, Kristalle und Metalle hier abfarben, weil die geben deutlich mehr, ähm, Stein und dann muss ich das Wort weg. Metall können wir immer noch woanders holen. Hauptsache, wir haben jetzt mal Stein für den Ort hier. Wenn du Metall rausholst, kannst du direkt mit, äh, reinpacken. Ist ja alles kein Problem. Hauptsache, ich kann die Wette jetzt. Das ist der Holt, Mann. Ich muss das loswerden. Ja, du hast einfach in die Kiste da rein. Ist doch... Oder warte, warte, ich geb dir ne Aufgabe, okay? Was denn? Aber so, dass ich Level farben kann. Ich geb dir ne Sichel. Hol so viel Fetch wie nur möglich. Ah, die kriegst du nicht mehr wieder, ne? Ja, egal. Du holst ja Fetch, das ist ja im Abner. 1, 2, 3, 1, 1. Wenn Pole ist meins. Ne, wärst du Pole, hättest du mir einfach aus der Tasche gezogen. Dann hätt ich mich nicht gegen wehren können. Soll ich dir mal zeigen, wie ich dich abdir? Wann gehst du heute Nacht schlafen? Geh arbeiten. Ja, geh genug da arbeiten. Ja, bald in Frankreich, den ganzen Monat. Ohne dich Overwatch spielen. Verdammt, das wird echt scheiße. Halt die Fresse, ich will nicht nach Frankreich, Mann. Ja, Mann, ich auch nicht. Halt die Fresse, du Mist. Du musst gar nicht nach Frankreich. Na klar muss ich nach Frankreich. Wie gesagt, vor einem Monat muss er weg. Ich meine Daniel nicht dich. Nee, er muss weg. Dann muss ich ohnehin Overwatch spielen. Also besorge endlich Overwatch. Daniel ist ein dummes Opferkind, Mann. Ja, ne? So ein richtiger Lukas bin ich. Halt die Fresse, ich heiße nicht Lukas. Ähm. Wall. Ich brauch noch... Nee, hier muss ich Wall. Und noch eine Castle Wall. Ach, zwei Castle Wall. Ich brauch vor allem eine Treppe, um da gleich hochzukommen. Brauchst du viel Fiber? Hol alles, was du tragen kannst. Denk nicht drüber da, hol es einfach. Ah, nee, den kann ich nicht zu machen. Du weißt, wie ich auf dem alten Server gefarmt habe. Ja eben, ich will diese positiven Eigenschaften von dir aus, die wir dann blocken. Weil dann kommen wir hier vorwärts. Irgendwer hat schon diese Base angegriffen. Die hat schon neun... Der hat schon 19 Schaden genommen. Ohne Witz. Ich weiß auch, dass es ohne Witz war. Ohne Witz, im Zweifel ist ohne Witz schuld. Einfach weil Crusader nicht mehr Crusader ist, ist ohne Witz das schuld. Marvin ist irgendwie gemutet und zahnt und so. Ach, der guckt sich bestimmt wie der Gatewall aus an. Ich muss irgendwie da die Treppe hochbauen, dass wir da hochkommen. Ich farme, ich farme, ich farme, ich farme, ich farme. Ich muss mal kurz einer aus dem Twitch-Chat bannen, weil der wieder meint, ein Hurensohn sein zu müssen. Und wieder einer mehr im Club der lustigen Hurensohne. Wenn einer ein Hurensohn sein darf, ist nur da der. Dann bist du das, ne? Nein. Nein. Ja, guck mal, jetzt hast du vergrault, gut gemacht. Ich hoffe, du bist glücklich auf dich. Max-Man oder was? Ja, genau. Wie heißen aber die Treppen im Englischen? Ich kann so schlecht Englisch merken. Auf der Tüte Deutsch hat mir auch geholfen. Ja, ja. Da. Ich brauche Thatch, wo ist mein Thatch? Ja, soll ich hochkommen? Willst du alles haben? Ne, du hast nur Fiber, ich brauche Thatch. Hatte ich gemerkt, Thatch. Hat der Bieber noch was? Thatch, guck mal ein Bieber und guck mal ein Quetzel rein. Ja, der Quetzel ist nur komischerweise an einem Ort, wo er vorher nicht stand. Egal. Ja, ich weiß auch nicht, wie der da hinkommt. Ja, ich glaube, irgend so ein Pol hat ihn wieder geklaut, ne? Ja, keine Ahnung. Die sind einfach nur geil, habe ich gehört. Polen. Geil. Ja, und wann musst du mal durch Polen fahren? Ich kenne nur die geilen Polenwitzel, das alles. Du musst irgendwann mal durch Polen fahren und dann wirst du geteboit. Ne, aber nur mit zwei Autos. Nein. Das da kommt auch nicht mit zwei Autos. Deswegen werde ich sorgen, ich werde vielleicht drei Autos an der Grenze abnehmen. Oh Mann ey. Genau, nichts für Achtjähriger. Hallo? Hier ist diese Waffengewalt im Spiel, ja? Weißt du, das ist die beste. Das Spiel ist nicht ab... Das ist meine... Ja, Drago, das wird die erste und beste Aufnahme von Ark, die ich mache, Mann. Der ganze Scheiß. Na ja, Mann. Ich sehe den doch. Guck mal. Ey, und einer wird angegriffen, Mann. Hier fliegt er mit so einem Scheiß-Vogel. Ja, der macht nichts, glaube ich. Und wenn doch, Teebeuteln wir den. Zusammen. Was ist das? Irgendein Affengang-Typ. Darf ich ihn Teebeuteln? Hallo? Hallo? Hallo Affengang. Was ist denn? Was ist das für eine Scheiß-Meldung, was du mir auch ganz zur Zeit machst? Das ist die Offline-Protection-Station. Immer wenn in diesem Bereich jemand durchfliegt, hier sehen wir das. Und wir sind in der Mitte der Map, also haben wir Arschkarte. Wir bauen gerade so ein bisschen. Ja, genau. Wir fliegen da alle drüber. Kannst du vielleicht weggehen? Ich will genau da was hinsetzen. Was ist das blau für eine Meldung? Die gehen wieder raus. Steht doch da. Hey, kannst du bitte genau da, wo du gerade stehst, weggehen? Weil ich will genau da eine Treppe hinbauen. Das ist ja nett von dir. Danke. Nein, gibt's nicht. Doch. Du kannst ja nichts hinsetzen. Gibt's nicht. Du kannst Snap-Point. Gibt's nicht. Du musst irgendwie ein bisschen schießen. Kurz, du stehst im Weg. Sorry, aber... Ja, genau. Das ist schon besser. Vielleicht ein Stückchen weiter weg von der Treppe. Weil ich will da was hinsetzen. Danke. Willst du mit Maren? Nee, mit so einem Affengang-Typ. Ich glaube, ich muss hier mal in der Foundation oder sowas hinsetzen. Frag ihn mal, ob er eine Banane will. Ah, ich muss irgendwie die Treppe hingesetzt bekommen. Aber vielleicht kann ich ihn ja so irgendwie... Ich hab ne Idee, wie das gehen könnte. Ich hab ne Idee. Weil viel weiter als bist du da in Walsh eigentlich gar nicht bauen. Wer ist eigentlich zurzeit der stärkste Tribe auf dem Server? Ähm, das ist ohne Witz alleine. Ohne Witz? Ja. Der fliegt rum, tötet alle. Echt? Mit was fliegt der? Mit seinem 500%-gewehr, das er gefunden hat. Ja. Ja, der ballert hier alles kurz und klein. Ist ein richtiges Arschloch gerade. Keiner mag den. Also echt, kein Witz. Keiner mag den. Der one-hittet einfach alle. Ja. Wem kann ich mich porten? Euch? Wer ist da? Ähm, warum? Weil einmal ist okay, Mehrwach ist ausnutzen. Ja genau, hör auf zu porten, Schieber. Naut sich, ich war gerade in Admin-sicher Sache. Sein Gewert mittlerweile 700%. Und er guckt in den Stream. Das heißt, wenn ihr ihn beleidigt, macht es so, dass ihr es mitbekommt. Okay, also laut und deutlich. Ey, du bist so ein dummer Huren, so ein Idee wollte dich, Alter. Du kleine Missgeburt, Mann. Genau, das weiß ich. Du bist Max-Level, du bist Level 10 oder sowas. Das ist mir doch scheißegal, was ich bin, Alter. In real life hat er eins gegen eins, Junge. Du bist tot, Mann. Und so wie auch in Arken-Klasse. Ey, psch, der kennt das mit Beam und Chris-Play immer im TS hier. Das ist besser, also du darfst nicht mit dem so reden. Du hast viel weniger Abonnenten als der, ja? Oh, das ist mir doch scheißegal, was der hat, Alter. Scheiße, das Ding ist total scheiß schlecht gebaut. Kacke. Ich fick ihn trotzdem in den Arsch, Alter. Okay. Der Typ ist mit großen YouTubern immer im TS. Krass, Mann. Ja, Mann, das ist voll der... Oh, na und? Wichtigtour. Ich glaube, früher haben wir solche Menschen mal Wichtigtour genannt. Warum kann ich die Treppe nicht einfach so bauen? Das wäre so perfekt. Ich komme auf den Server. Kann ich da irgendwie ein bisschen schummeln? Zu wem darf ich mich jetzt porten, verdammt? Zu mir. Warum portest du dich? Warum portest du dich? Weil ich in admin-licher Mission unterwegs war, deswegen. Ach so, ja, dann ist es okay. Und jetzt möchte ich auch gerne wieder zurück. Nein. Gibt es da einen Trick, den ich einsetzen kann? Noch einmal den Atem-Tool ausnutzt, fiss dich, dich, Mann. Ich glaube, ich muss das Geld anders setzen, Scheiße. Nee, das geht ja mal nicht anders, muss ich das Ding wieder breiter bauen. Kacke. Hat einer eine Wasserflasche oder so? Warum? Da ist noch ein See. Daniel, Daniel hat meine. Ja, du hast meine. Aber der hat sich schon reingespuckt. Da unten ist es eine See, kannst von da trinken. Fuck, ich habe das Ding falsch gesetzt. Das ist frisches Wasser, Lukas. Genau. Du kannst auch meine Pisse trinken. Das ist genau selbe. Ich brauche nochmal eine Foundation. Vielleicht kann ich da was machen. Wargo, brauchst du? Komm, ich bring deinen Fiber. Nee, ich brauche eine Foundation. Ich laufe über Fiber. Ey, das ist hier nackt umherlaufen, Alter, wie? Das ist voll behindert für mich, ey. Ja, aber wir wollen doch was gesehen haben. Junge, nehm doch einfach ein bisschen Fiber, mach dir ein paar Klamotten und gut ist. Dann bist du zumindest nicht mehr nackt. Nein, weil sonst kriegt man aber keinen Ständer mehr. Ja, und was soll das jetzt hier? Ja, ich habe gehofft, das funktioniert, aber ich muss mal gucken, dass ich da irgendwie was hinsetze, dass wir da hochkommen. Soll ich denn hier das Fiber hinschmeißen? Einfach in die Kiste oder so. Das ist ja scheiß überlegt, findest du nicht? Ja. Mach was anderes dahin. Mach doch so eine Treppe, eine ganz normale Treppe dahin. Ja, das Gate und die Treppe gehören zusammen. Das Ding ist schon fast voll, Mann. Dann mach das weg und mach was anderes hin. Ich muss hier mal, ähm, umbauen. Was? Vorsicht. Wir werden angegriffen, mich hat jemand gegrappt. Hey, ich wurde gegrappt, Mann. Jetzt schon? Ja, das ist der ohne Biss. Ey, du dummes Judenkind. Ich fiste deine Mutter, du Arschgeburt, Mann. Ich fiste dich so hart, Alter. Benutze dich als Handpuppe, du Missgeburt, Mann. Kommt er wieder mit dem Spruch, ey. Ich sterbe, GG. Und Rago, ich verliere deine Sichel. Nein. Ich muss so ein Käfig bauen, damit er Ruhe gibt. Okay, ey. Ich habe kein Bett da aufgesetzt. Wie soll ich denn jetzt zu euch kommen, Mann? Ja, ich spawn dich. Aber wir brauchen wieder eine neue Sichel. Hat jemand eine Sichel dabei? Ja. Nee, es sind ganz viele Bettner, das spawn ich jetzt einfach. Ja, du kommst jetzt aber nicht zu uns. Wir brauchen Hyde. Sonst sind auch noch Tiere, die wir töten können. Können, ich bin so ein Faschist in Steinbase. Als wir strafen für diese bösen Beleidigungen. Mit wem bin ich jetzt hier eigentlich im Haus? Mit viel Liebe und wenig Scherz. Ich muss das Ding... Ich habe 135 Hyde. Ich muss das Ding umbauen, ne? Hallo? Ich muss das Ding umbauen. Ey, kannst du mich jetzt spawn tragen? Ja, warte. Ich muss das Ding trotzdem umbauen. Wir brauchen ein paar Foundation-Pillars, glaube ich. Und zwar die Länge wird zur Breite... Ach, keine Ahnung, ey. Macht mal bitte vier Pillar-Foundations. Ey, du nutzt voll den Admin-Status aus. Ich weiß, ich bezahle dafür ja auch. Worauf? Teleport-Player, die ist für mich. Was für ein Opferkind, Mann, Alter. Grappt er mich einfach. Ja, der kommt noch mal. Pass auf. Giga löschen kann ich nicht. Alle Mann in Deck, Gong. Wenn er wiederkommt. Ne, ehrlich. War das ein Problem? Ja. Ich bin dann unten bergabgesetzt worden. Jetzt darf ich diese Scheiß-Sichel suchen, Mann. Oh, der war frisch gesehen. Ja. War das ein Problem? Ach, ich vornere. Ich war doch lustig nicht. Eins, zwei, drei, vier. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ne, ehrlich. War das ein Poison? Wahrscheinlich, äh... Was ist passiert? Ja, ähm... Wie soll man jetzt da hochkommen? Ja, eben. Ich muss umbauen. Ich muss kurz das Gate abreißen. Das Ganze hier, wo die Länge ist. Da müssen halt nochmal vier Foundations dran. Und dann baue ich auf der Seite die Treppe. Also da, dann kommen wir auch rein. Sieht auch ein bisschen symmetrisch aus. Ich packe die Sachen eben wieder in die Kiste rein. Mann, ich packe die gerade. Oder ich mache die erst in die Workbench rein am besten. Ja, ja. Das ist klasse. Eine Foundation habe ich noch. Und dann normal. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich da hinsetzen kann. Waffen hat einen Laser-Fointer. Ja, ich blende dich. Oh no. Mach doch einfach Dinges aus. Du weißt schon. Und das ist das Ding an da. Ey, der hat mich irgendwo abgesetzt. Und ich finde meine scheiß Leiche nicht. Weiß nicht mal wo. Hattest du irgendwas dabei, was wertvoll war? Ja, deine Sichel. Scheiß auf die Sichel. Die kostet drei Metall oder so. Ja, du gib mir eine neue, Mann. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin überladen. Scheiße. Hilfe. Meist du nur mit einem Dirty oder mit einem Quetzel? Nee, ich bin oben auf der Foundation. Ich schmeiß einfach ein paar Sachen raus. Und dann tue ich die Sachen in den Quetzel rein. Ich schmeiß noch ein paar mehr Sachen raus. Gehe dann zum Quetzel. Pack die da rein. Komm wieder. Passt alles. Ey, Smaug, was macht der da? Der gehört doch zur, ähm, nee, der gehört zur Allianz. Eigentlich darf der das. Es ist nur blöd, dass er auch als Rot angezeigt wird. So, ähm. Willst du, Lukas? Ich will mit dir Sex haben, Mann. Ach, diese Scheiß-Lags. Ich konnte so kotzen, ey. NGZ macht mal besseres Server. Ohne Witz. Also ich war nicht ein Typ, ich hatte einen Scherz. Was? Marvin, bist du an dir? Schade, ich hätte sonst jetzt einen geblasen, aber dann lecke ich dir jetzt einen. Was? Marvin. Äh, Lukas. Nein, ich... Hier ist schon wieder jemand beim Petri. Ja, rat mal wer. Schießen runter, halt. Wir haben nichts drumherum, das Schießen da. Sagt dir mal, dass er weg... Wer ist das denn? Da, nicht drauf schießen, nicht drauf schießen. Der Cartman. Der Cartman, achso, der hat irgendwas gespielt. Ah, der bringt Lukas Sachen, denke ich. Ah, ja. Er bringt Sachen, schieß drauf. Schnell. So, jetzt schießen. Danke dir. Ey, hat jemand Fleisch aufgenommen? Ich hab kein Fleisch. Ja, ich will was geben, warte. Wie lange nehmen wir es eigentlich schon auf? Ich will eigentlich keine 100 Jahre Folge machen, das wäre irgendwie blöd. Aber ich finde gerade die Situation hier alles so witzig. Ja, hinter dir. Ja, wo der Naser-Patter ist. Ah, guck mal, vier Pillars. Sehr geil. Yo, wer hat die Sichel aufgenommen von euch? Ich glaube, Waxman hat die Sichel aufgenommen. Mein ist Deadpool. Er ist Deadpool. Schau ihn an. Ach, scheiß auf Deadpool, Junge. Ich fiss ihn trotzdem. Du warst auch unter deinem Fisticker, ne? Was ist, ist der schon wieder tot? Nein, ey. Er war einfach hinter ihm. Hat ihn an den Nacken geklatscht und er fiel hoch. Oh, das geht nicht erst wieder los. Lukas ist wieder pissig. Ich würde jetzt ganz gerne den Rohling noch fertig bekommen, damit ich die Aufnahme beenden kann. Sonst dauert es ja echt zu lange. Ich brauche noch ein paar. Juhu, es geht wieder los. Ähm. Drawbridge. Brauchen wir nämlich neue. Alles in Ordnung? Ja, ey. Jetzt hat er gerade sein Mikro gemutet, ey. Ich brauche mal wieder ein bisschen Thatch, Leute. Oder ein bisschen mehr ist auch okay. Ich habe einen Nackenklatsche gegeben. Oh Gott, da kommt ein Drache. Drauf schießen. Tötet es, bevor es Eier legt. Oh, sorry. Das ist einer unserer Drachen. Sorry, alles gut, alles gut. Nein, alles gut. Das ist einer aus unserer Allianz. Ja. Tötet ihn. Ich habe immer mit dem Narkotik-Fall raus. Ey, ist aus der Allianz. Tötet ihn. Könnt ihr sowas noch im Leben halten, ey. Hammer hart. Schennt ihr euch denn gar nicht? So symmetrisch? Ja, gut. So ist die Treppe denn ausnahmsweise endlich mal auf dem Boden. Okay. Ja, sie hat Bodenkontakt. Endlich, wir können rein. So, wie viele Wände brauche ich noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wände. Und dann ist der Rolling fertig. Lukas sagt einfach gar nichts mehr. Ja. Dank euch. Ich brauche mal ein bisschen Thatch, Leute. Das wäre voll cool von euch, wenn ihr mir ein bisschen was besorgt. Da habe ich gerade richtig angepisst. Lukas, komm, sag was. Ja, der regt sich gleich wieder ab. Keine Sorge. Der schlägt bestimmt auf den Tisch. Ne, der macht, als ob der das macht. Der brüllt nur rum, wenn er wügt ist. Siehste? Oh man, hat das bald, oder? Ja, jetzt. Jetzt hat das, okay. Ich brauche noch vier Wände. Ich kann fünf Stück machen. Das ist okay. Lass mich hier drin dann mit den Dings dann, äh... Wie heißen die Teile? Ja. Ja, können wir sehr gerne machen. Ich möchte nur ganz gerne, ähm, bevor es zum See geht, ein Gate hin machen, weil ich denke, es wäre irgendwie ziemlich cool, wenn man diesen Platz da vor allem offen lässt und wir noch hier nicht belästigt werden können. Muss wir einen neuen Admin-Schlüssel erstellen, ne? Was? Wie einen neuen Admin-Schlüssel erstellen. Ich habe ja den Server so umgerechnet. User in your channel was banned from the server. Das war jetzt etwas zu viel. Really? Can't play structures here. Wollt mich doch jetzt echt ficken, oder? Ähm. Ja, hier gehen keine Dinger hin. Ich weiß nicht warum. So nicht? Ich kann hier keine Dinger hin setzen. Ja, okay. Dann machen wir hier, ähm, Metall-Glas-Schlüssel. Ich probiere mal was aus. Vielleicht muss ich unten erstmal eine normale Foundation hin setzen, damit, ähm, ein Snap-Point oben entsteht, weil das Ding anscheinend nicht als Foundation zählt. Aber steht doch Foundation da an. Keine Ahnung. Oh, geht das wieder los. Vielleicht weiß der Chat ja was Bescheid. Er weiß was Bescheid, genau. RIP-Deutsch. Pillar-Foundation. Pillar-Foundation. Ich weiß nicht, was da nicht stimmt. Ich brauche, äh, Fetch. Aber an der anderen da geht es doch auch. Ich weiß nicht, was da nicht stimmt. Mit Y markieren. Die sind auch... Ich habe keine Ahnung, was da nicht stimmt. Ja, warte. Ich schaue, wie das funktioniert. Okay. Weil das beunruhigt mich doch gerade. Ich stehe in der Säule. Ey. Really? Welcher Huhn so hat denn hier Sachen hingebaut? More fuckers. Zweiche wieder, wer das war, ey. Wie wäre das... Lieber Chat. Sinnloser Foundation-Spam oder nicht? Der Chat antwortet noch nicht. Also, das hier ist einfach nur zum Blockieren gebaut worden. Einfach sinnlos. Also, sinnloser Foundation-Spam oder nicht? Kann ich das abbauen oder nicht? Das geht eigentlich... Ne, das ist ja noch gar nicht die Frage. Ah, die Antwort. Ja, Bann... Ne, das ist kein Banngrund. Das ist, ähm... Strukturabbau-Grund. Ist Lukas noch online oder... Nehme ich mir jetzt das Zeug, was er hat. Dann gebe ich ihm das gleich wieder. Er ist in einem anderen Channel drin. Okay. Sinnloser Foundation-Spam-Spam-Spam. Ich weiß, dass ihr gerade Vorbehalt gegen den Typen habt. Deswegen... Ist es da hinten? Ist der Quetzel da hinten... Soll er da stehen? Frag doch mal die Typen, wieso die das haben. Der hat das mit Sicherheit deswegen gemacht, um mich hier abzufacken. Das ist all sein Grund. Und mehr Grund wird er das auch gerade nicht genommen haben. Fers, ich bin der, der dich abgehoben hat. Abgehoben genannt hat. Ja, und? Denkst du, das juckt mich? Trago, du erschützt dir alles. Bist der schlechteste Admin der Welt. Und du bist der beste Stream-Couper. Ja, genau. Als ob. Ich bin der schlechteste Streamer, ja? Halt dein Maul. Red nicht so gut über mich. Ähm... Ne, von Lech wollte ich machen zum Testen, ob das geht. Äh... Die standen da, bevor ihr angefangen habt. Bist du blind? Die habe ich doch eben schon gesehen. Ne, ich nicht. Aber wenn ihr vorher schon standen, dann äh... Keine Ahnung, ich sehe es ja eh nachher. Aufnahme. Jetzt hab ich jetzt hier, was da im Chat geschrieben wird. Äh, im Steam-Chat, meine ich. So, was ist das? Warum kann ich hier nichts hinsetzen? Das irritiert mich, ansonsten muss ich gleich ein bisschen tricksen. Ah, okay. Ah, da ist es. Da ist was. Die Bannliste. Ah. Das Problem ist nur... Das geht immer noch nicht. Weiß nicht. Ach, fuck, ey. Ah, hier. Ah, ja, es ist ein Problem mit der Wand. Ob ich da nichts hinsetzen kann. Ja, das ist halt scheiße aus. Ich verstehe nicht, warum ich da nichts hinsetzen kann. Ich glaube, du kannst wieder rauf. Probier mal. Na ja, jedenfalls, bevor das hier zu lange wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniere den Kanal. Bin immer noch gebannt. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, was gut. Ciao. Ciao.